134, so 215, ja wir nehmen die, 215. Ja gut, ich kann jetzt eigentlich auch praktisch ein Kut machen, weil beides dauert hier noch ewig und drei Tage. Geht sofort weiter. Und wieder einmal sind die letzten Sekunden vor dem Boss Battle, nenne ich es jetzt mal ganz salopp gesagt. Das ist doch kein Mann, das ist doch eine Frau, das ist eine Besesse, nee, Besesse, nee. Sein Erfolg hat hier viele beeindruckt. Was haben wir, das Geschmeide, sehr geschmeidig. 490. Aber überspringen wir auch. Fatz. Es ist schön, dein Aufschreben miterleben zu dürfen. Schlag den Schläger. Auch nichts. Nehmen wir das erste. Aber ich glaube, jetzt lassen wir es mal durchlaufen. Also, ein kleiner Cut. Und jetzt können wir auch wieder jagen. Die hat sehr viel Leben. Wir nehmen, glaube ich, die... Die hat zwar viel Leben, aber die wird uns wahrscheinlich so gut wie nie treffen. Wir probieren es einfach. Ach. Ach. Gut, okay. Hätte ja klappen können. Okay, in Stufe 41. Ja, doch den könnte ich knappen. Egal, hier haben wir jetzt noch ein paar Sekunden. Ich hätte vielleicht... Na, obwohl vom Aufwerfen hatte ich jetzt nichts mehr. Kacklabapp. Es ist schön, dein Aufstreben miterleben zu dürfen. Ja, ich bin auch sehr... Oh, Blutpunkte. Gucken, wo gibt's denn hier die meisten... Ich habe keine Lust auf eine 8-Minute. Jawohl. Start. Überspringen. Komm, ich will heute noch mein Level-Up haben. Mein Vertrauen in dich war offenbar gerechtfertigt. Ich glaube, ich bin Level-Up, weil's oben blinkt. Acht Minuten. Zwölf Minuten. Vier Minuten. Und die lassen wir jetzt mal durchlaufen. Haben ja ganz lange Zeit, aber erst mal. Ja, wir sind jetzt... The next... The next... Bum, sind das bessere Stiefeln, dann sind das nicht, also... Ich hab genau, was du suchst. Du hast immer, was ich suche, das ist ganz geliegen. Okay, und... Noch ein kleiner Cut. Und da sind wir auch wieder zurück. Ich glaube, die Jagen... Jo, wir können noch mal jagen. Aber erst mal schließen wir den Auftrag. Das ist so schnell. Sein Erfolg hat hier viele beeindruckt. Das ging jetzt ernsthaft schnell. Wir können jetzt eine Acht-Minuten-Mission machen, oder zwei... Vier Minuten, wenn wir denn überhaupt eine Vier-Minuten-Mission... Haben wir. Sooo... Wen jagen wir denn? Ich würde sagen... Mr. Mitte. Und wir haben auch gesiegt. Dann können wir auch wieder aufwerten. Nur ein bisschen... Und den Rest pumpen wir in die Clan-Cassee. Weil wir es können. Lalalala. So. Auch da war's rein. Ja, jetzt kann ich eigentlich schon wieder einen Cut machen. Und da sind wir wieder. Hier, Auftrag ist abgelaufen. Ja, gut. Ich hab jetzt ein bisschen getrödelt nebenbei. Aber das ist ja auch nicht so tragisch. Wenn du diese Erfolge wiederholen kannst, wirst du schon bald an Einfluss gewinnen. I know, I know. Ja, nehmen wir uns noch am besten die, wo man... Okay, das kriegt man mehr Gold und mehr Erfahrungspunkte. Nur um war. So, jetzt warten wir grad noch diese 37 Sekunden, 36, etc. Tendenz sinkend. Die warten wir jetzt einfach mal kurzerhand ab. Ich sehe grad, mein Telefon blinkt. Ich habe einen neuen Anruf. Werden ja auch zwei Anrufe sogar. Ah, okay. Ich weiß von wem. Na komm, jetzt will ich jetzt noch auf die Jagd gehen. Und dann über... Ich glaube, wir überspringen die bisschen. Ich hab genug von den Tränken. Also von daher. Wenn du diese Erfolge wiederholen kannst, wirst du schon bald an Einfluss gewinnen. Ja, 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 ja. So. Gegen wen versuche ich denn mein Glück? Alle relativ... Bäh. Bäh. Ja, das hatte ich vorhin schon, ne, mit dem ganz viel Leben. Ah, die Brillen so hoch. Häufel probieren's mit dem Einfufziger. Oh. Ich habe gewonnen. Das war jetzt nicht unbedingt, äh, Bestandteil des Rituals. So, boah. Kann man machen. So, jetzt können wir noch was für den Clan spenden. So, wieder bis oben hin, bis das 1.01 verschwunden ist. Wieviel habe ich jetzt überhaupt schon gespendet? Ähm, ähm. Okay. Ja, dann passt das. Ich geh jetzt noch einmal hier zum Totengräber wieder ein bisschen... Da seid ihr ja wieder. Bissele malochen. Und damit verabschiede ich mich erst mal von Let's Play Platten und ich hoffe, dass es demnächst weitergeht. Mal gucken, wie ich wieder Lusten drauf hab. In letzter Zeit war das so ein bisschen schwierig. Weil neues Handy und darauf lief Pokémon GO und ich konnte Pokémon GO spielen. Ich bin hier nur noch durch die Gegend gelaufen. Ah, schrecklich. Naja. Bis dahin, ich verabschiede mich und sage auf wieder. Geh, schaut!